Benutzen Sie eine Verwenden Kuss. Drahten Sie eine Kurve Kuss. Benutzen Sie eine Befestigung und ein Nassenschlüssel. Benutzen Sie eine Skrupe. Welchen ist das mit den neuen Schrauben? Benutzen Sie eine Farbekonferenzschutzente, die um die Erwenden noch 7 an berühren. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie ein Bremsschrauben. Abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie nie wieder ein Video verpassen. Jede Woche posten wir neue Videos. 1. Entfernen Sie die Befestigungselemente. 2. Entfernen Sie die Befestigungselemente. 3. Entfernen Sie die Befestigungselemente. Ersatzteile können Sie bei uns auf unserer Webseite oder in der Auto-Doc-App kaufen. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 1. EntraGANntangen. 2. Schrauben Sie das Pumpf HP T30. Danke, dass ihr unser Tutorial angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, klickt auf den Like-Button und teilt es mit euren Freunden. Wir wünschen euch noch einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal.